Willkommen bei profischnack.de Hier zeige ich Ihnen heute wieder mal was ganz Besonderes und zwar was Besonderes für kleine Wohnungen. Die Garnitur Wave aus dem Programm Elements von Bali als kleine zweiteilige Ecke mit Bett und mit Sitzdiefenverstellung und mit Kopfstütze in Stoffgrau. Nun, das erste habe ich Ihnen schon gezeigt. Man kann hier den Rücken vor und nach hinten stellen. Die praktische Kopfstütze ist natürlich auch dabei. Die kann ich auch noch verstellen, sodass ich mir es richtig bequem machen kann. Und bei dem Beschlag sehr gut, den kann ich nämlich im Sitzen bedienen. Und dieser Beschlag ist bei allen Teilen drin. Die zwei Kissen gehören übrigens nicht dazu. Und dann hat das Ding noch eine ganz tolle Funktion, wenn die Gäste mal länger bleiben. Bis es ein schöner Abend ist. Entschuldigung, hier ist keine Funktion drin. Ich zeige es Ihnen trotzdem. Das Teil kann man nämlich verstellen und wegnehmen, sodass Sie mehr Platz haben für die Gäste. Und hier können Sie auch noch nach hinten gehen. So haben Sie ein Doppelbett mit der Länge von 2 Meter, wenn ich das weg mache noch das Kissen, und mit einer Breite, was weiß ich, von 1,50 bis 1,60 Meter. Jetzt schauen wir mal, ob hier noch ein Bettkasten drin ist. Wow, Bettzeug rein, alles entstaut. So, jetzt baue ich für Sie die Garnetur wieder auf, sodass man das alles gar nicht sieht. Hier ist eine Rehling, wo ich jetzt reinstecke. Sie sehen, ich stelle mich gerade etwas blöd an. Zack, 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 zack und weg mit dem Bett. Fertig, aufgeräumt, Garnetur wieder so, wie sie sein sollte. Guter Sitzkomfort, viel Funktion, pflegeleichter Stoff, kompakte Außenmaße, 2,15 Meter auf 2,20 Meter, brauchen Sie bloß Platz für kleine Wohnungen, eine ideale Garnetur. Ist das was für Sie? Ich habe Sie einmal, ein Messstück, ein echtes Schnäppchen, zum Schnäppchenpreis. Schnappen Sie zu Kuh! Dankeschön und Tschüss!